So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map, The Code. Level 7, Disappear. What the fuck? Die Antwort ist, dass wir Thor haben before. The answer is there where you have been before. Die Antwort ist da, wo du vorher warst. So, hat sich jetzt hier irgendwas geändert? Hm, ich glaube, ich muss doch lieber im Default Pack spielen. Wartet mal, ich bin gleich wieder zurück. Tschüss. So, da bin ich wieder zurück. Und ja. Wartet mal. Sieben. Ach, das ist genau gleich. Hä? What's? What's up? Ich check's rein. Ich hol mir mal gerade den Hint. Okay. Ah. Okay. Ah. 3 9 6 6 4 da unten steht zwar die Zahl das ist so nicht die Lösung oder erstens ok decode das ist jetzt ein anderes Buch ok habe ich jetzt aber keinen Bock drauf also ich habe es verstanden aber was kompliziert 2 8 5 0 1 so dann 2 8 5 0 1 echt cool gemacht hier sehr nette Idee so Nummer 8 Jump so hier haben wir eine 2 2 schreibe ich mir mal gerade auf 2 äh ok 2 2 2 ah ok also dann nochmal ok 2 die erste Nummer haben wir schon mal gut clever 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 so 2 4 also ich habe jetzt keine andere Nummer gesehen falls doch dann 2 4 0 ok 2 4 0 2 2 4 0 2 2 4 0 2 2 4 0 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 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 die Karte hier die die will ich nicht mehr weg sagt du mir die items power die macht 2 4 0 2 8 so 2 4 0 2 8 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 10 9 10 10 10 7 10 10 10 11 11 14 12 14 2 4 8 2 4 8 7 0 Ok Ich hoffe mal das ist so richtig 2 4 8 7 0 2 4 8 7 0 Ist doch so ne? Ok, alles klar So Nicht Das ist schade Dann ist es 2 4 8 7 8 So nochmal Dann war das so um ne 8 2 4 8 7 8 So Hier kam halt wieder unser Paper raus Jawoll Dann war das doch ne 8 Ich hab's mir schon fast gedacht Entweder ne 8 oder ne 0 Naja, haben wir ja jetzt Sound Ach komm, das machen wir noch Dann machen wir mal Pause Aha Ok 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 Ok, 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 ok Hm Genau Genau, die haben doch da unterschiedliche Teile Die hören sich unterschiedlich an Und das hier ist sozusagen dann die Reihenfolge Ok 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 Also Wir haben jetzt Glas Das müsste die 0 sein 0 Die hört sich Ok Das ist Ok Ok Ok, dann ist die 0 an letzter Stelle So So 0 Letzte Stelle Ok Mal hier bitte weiter Ok Jetzt haben wir Stein Das wäre die Nummer 1 Das wäre die Nummer 1 Oh, so ein Bastuhn Ok So ein Bastuhn Ok Ich hoffe ihr hört's Ok 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 Ich bin mir ganz sicher fast, dass es die 1 ist. So. Ich würde sagen 3. Okay. Dann wäre das die 3 vor der 0. So. Weiter geht's. Das wäre jetzt Wood. 7. Warte mal. Boah, das ist doch genau so ein Bass-Ton. Da würde ich sagen, am Anfang kommt die 7 hin. So 7? Fällt sich doch genau so an. Ja. Okay. Sie... Das ist dann an der 3. Was war das? Das ist Erde und Erde hat die Nummer 2. Am Ende haben wir jetzt 2, 3, 0. Ohne Frage. Ja, das ist... Das ist richtig so. So, jetzt kommt aber nochmal der Stein. Hoch. Ja. Ich hole nochmal den Stein. Ich höre das halt so stark den Unterschied. Weil ich ein 3D-Headset habe. Das ist vielleicht gar nicht... Okay, dann muss das einfach diese Nummer sein. Dann ist das 7, 1, 2, 3, 0. Wäre dann das Ende. Gucken wir mal, ob es stimmt. Boah, ich liebe diese Map. Großes Lob an Map-Ersteller. Richtig geile Idee. Okay, 7, 1, 2, 3, 0. So. Richtig. Okay, aber wie es weitergeht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Dann morgen wieder. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Also, mir gefällt diesmal richtig gut. Jo, ne, also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.